Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Tales of Zestiria. Wir sind hier immer noch in dieser komischen Höhle auf dem Weg nach G'dodan. Ich glaube ich sollte halbwegs den direkten Weg gehen. Schweren Sie! Schweren Sie! Ihr werdet sich nicht mehr als Sie! Es ist das nicht mehr als Sie! Die Blind Flayer! Freighting Strike! Strike! Fue in Power! Lose Rauf und Lied! Schade Zero! Breakdown! Schweren Sie! Schweren Sie! Schweren Sie! Time Sie lernen von Humildes! Erfacher! Abel Ero! Assure Assault! Aeim and Fire! Pierce and Explode! Now is my chance! Your words will make you water! Alright! Aeim and Fire! Aeim and Fire! Aeim and Fire! Rockling! Freight! First! Breakdown! Blufflash! Soulpilot! Schweren Sie! Not yet! Alright! Aeim and Fire! Breakdown! Einfach mal ganz entspannt hier mit einer Armatisierung alles wegschießen. Ähm... Helektiten! Ehm... Helektiten! Ehm... Nein... Hey! Looks like a Helictite! A what? A Helictite! It's like a Stalactite that grows all bent! Wow yeah! It's all warped and twisted! Like a certain someone we know! Ehm... But don't Stalactite take a long time to form? Yeah! It's basically been growing along a deviant path since time immemorial! Like a certain someone we know! Ehm... It's weird sure! But... It's got a kind of ethereal beauty as well! Yeah! Go on! Yeah... 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 Ähm... Ich hab ja mal recherchiert... Hier... Ich hab ja das letzte Mal über diese... Blast-Kombo was gelesen... Ja, dass es dafür einen Erfolg gibt und so... You awake, Edna? Gravy rules everything! May your knowledge speak from you! Ah! Glip! Blind Flayer! Hup! Aqua Blade! Ha! Strip Slayer! Try this on! Hup! Tiger Blade! Strike! Wines! Hang on, everyone! May your knowledge speak from you! Rating in top! Phantasm Flash! Shadowshine! Gravy rules everything! Be done! Make your diet trigger on you! Kill! Hup! Is that gonna be better? Kill! Bloodland! Tiger Blade! You know nothing! Dragonbang! Shadowshock! Yeah! Freezing Strike! Dragonbang! We take the trigger! Take that! Yeah! Shadowshock! A little bit better? It's over! Reckern aboard! Yeah! Ready? You know nothing! Airprancer! He rules everything! Huh? I'm fine. Let's go on ahead. Und die Blast Combo, die kriegt man, wenn man zum Beispiel... Also man kann die Stoßanzeige erhöhen, wenn man dreimal denselben Skill aufeinander stackt. Also wenn ich zum Beispiel auf meinen Rüstungsgegenständen insgesamt dreimal Attack habe zum Beispiel, dann kriege ich ein Punkt SA mit dazu. There must be herbs around here. Weapons ready! May your own speed from you! Ready? Gail! Phantasm blast! How's this? Take that blade! Lighting cover blade! Yeah! Return to board! Your words shall make you vulnerable! Not yet! You know nothing! Red the darkness! Curve it! Try this on! Yeah! Return to board! Lightning strike! You know nothing! How I get! Try this on! Strike! Not yet! May your knowledge see from you! Let's get him! Strike! Strike! Awake, you better? Yeah! Return to board! Strike! You know nothing! I won't lose! I won't lose! You won't hear! Free, Blaine! Give my all! Wimping dragon! Dracking rules everything! Try this on! Tiger blade! Lava! Aha! Ich wusste doch, dass sie was ist! Drachenschwanz! Ähm, ja! Also, theoretisch ist es recht easy möglich, ISA-Anzeige zu erhöhen! Try this on! Aqua blade! Aqua blade! Howling cyclone! Not yet! Hup! Yeah! Finish up! Try this on! Your words will make you vulnerable! Yeah! Ready? Let's go! Take this! Aqua blade! Single escape! Lion towel! Air practice! Freeze! Lightning tiger blade! Return to board! Awake, you better! Roger! Try this on! Freeze! Yeah! Be gone! Air practice! Ah! 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 Boom! Let's do some fortune telling! Ne! Nicht! Äh... Warte mal was... ... ... ... ähm ah scheiße ich wollte ja die Höhle erkunden und dann hab ich in der Höhle sind so viele Ätnafelsen ich sollte hier wahrscheinlich noch nicht sein scheiße oh nein das ist jetzt nicht euer Ernst na gut dann geht's halt wieder raus ja ich war so verwirrt ich dachte das ist hier der Weg den ich gehen muss nach gedauern das stimmt ich wollte ja erst die Höhle erkunden oh nein so ein Mist auch ja da hoch zum Felsdackenjoch muss ich zurück na gut haben wir mal was von der Höhle gesehen we're here to purify you but it'll still hurt die Höhle die Höhle die Höhle die Höhle Alter, geh mir nicht auf den Sack, du blöde Katze. Alter, geh mir nicht auf den Sack! Das ist nicht der Grund, warum. Das ist nicht alles. Ich bin süß, wie Big Leo auch oft genug gedisst wird. Ach ja, also die Dynamik hier im Spiel, die ist schon echt schön. Das ist nicht der Grund, warum. 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 Ja klar, ich bin voll dabei. Ich bin bereit. Ich muss aber mal in die Armatisierung schauen. Nee. Arzt. Armatisieren Wasser. Armatisieren Wasser. Wie waren das nochmal? Hier. Ah. Ja genau. Also runter ist... Okay. Okay. Hoch ist Bubble Arrow, runter ist Pfeilsturm. Pfeilstrabant Kristallturm. Okay. Gut. Äh erstmal schnell speichern mit den ganzen Änderungen hier. Ach. Arsenal. Ja genau. 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 Ja, durchatmen, das ist von Zeit zu Zeit auch mal ganz schön, ne? Aber wird auch überbewertet. So, raus hier. Get out in. Das war genau da, links. Brenn. Schwäche, Erde und Feuer, schätze ich mal. Das ist insgesamt so. Welches Level haben die? 26. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Du willst mich nicht großartig. Du schaffst auf Instinkt zu viel. Oh? Habt ihr Ihr Instinkt das gesagt? Kann ich dir das erzählen? Das ist nichts. Erst war der Kampf ein bisschen schleppend, danach habe ich den Kampf abgerissen. Oh, Alter! Ähm, ja, hier draußen wechsel ich. Das ist mal wieder. Pregatoren Flamen! Dantige Flamen! Kräuter Feuer! Schau, Kräuter! Gliberdrag! Gliberdrag! Ja! Ich denke, es ist Zeit, dass es sich mittlerweile gut ist. Ich denke, es ist sehr süß. Ja. Es ist eine gewisse Region, wie Alicia. Aber es sieht sehr schwer, oder sogar hierherzieren. Es ist mir schrecklich, dass Menschen sogar in einem Ort wie dieser Ort leben können. Es sind die Menschen sicher sind schwerer als sie sehen. Vielleicht haben sie ein bisschen speziell, locales Produkt? Vielleicht. Hm. Irgendwann, unser nächstes Destination ist Gadadin. Gehen wir in die richtige Richtung, Rose? Äh, ja. Es sollte sich am Ende dieser Cliffside Road sein. Ich denke, wir sind fast da. Okay. Let's hurry, bevor wir wieder attacken werden. Bevor wir wieder attacken werden, alles klar. Wovon träumst du nachts? Hier, Kampf. Ich sehep. Oh, runner! Wir können das parallel mit zumblemer. Wir bin der Lazingüge. Achilling règle, så fantastic. Oh nein Phone. Längst du oder weinungs klingeler. Aber wie nicht. Wir müssen dachten. Wст 결. Wagner beim Santa Lenv ig Vitalamazar. Ab.... Wir warten. Nein, luster, benutzen dir schon gut. GERWNOWS an! Hein, dass wir nicht alle tun? Sie besch revived! W nutri! So, wo geht's da lang? Da geht's in eine Sackgasse. Mit diesen ekligen Saugregeln. So, wo geht's da lang? Da geht's! Ah, da vorne ist eine Silberkiste, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, schmeißt halt eure ganzen mystischen Arzt raus. Ja, da ist eine Silberkiste. Da könnte ich etwas näher sein. Greif mir da an. Ja, süß. Hm. Hm. Was ist das? Eine Gryffkite. Das ist eine Gryffkite in der Kite-Familie. Da ist eine andere da, da. Sehr hoch. Ja, sie sind tollen bei readingen Wind. Schau mal, sie soar. Schwierig und frei. Ja. Durch einen Meer, schweig mit Malevolenz, verraten von Earth-Dwellern. Du glaubst nicht, dass die Gryffin angefangen hat als Gryffkite? Vielleicht. Malevolenz verformiert alles. Menschen und Natur. Menschen und Natur zusammen. Hm. Aber Malevolenz kann verraten. Durch Serai, du meinst? Durch alle von uns. Hm. Dazzle. Aus, aus, zwei. Row börjar im Tsch Talwauke. Eins, zwei, dreiaison.